So, wie einige von euch mitbekommen haben, hat es da oben einen kleinen Tumult der Art gegeben mit dem Weiß-Magazin und dazu möchte gerne der Armin ein paar Worte sagen. Hello, hello. Ich rede wie immer frei, es hat sich jetzt alles einfach so ergeben und ich will einfach dazu nur sagen, dass ich es einfach ein bisschen unhöflich finde, wenn man da oben ein bisschen Krawall macht, wenn man da oben ein bisschen lauter redet. Da kann man ruhig ein bisschen weiter auf die Seite gehen, da kann man gerne noch ein bisschen diskutieren und was wir auf jeden Fall nicht dolden, das sind Waffen auf dieser Mahnwache. Also jede Bewaffnung, die herkommt, gehört definitiv. Oder ob der sonst noch irgendjemanden von uns kennt. Wenn ich irgendjemanden sehe, den ich kenne, der hier eine Waffe hat, werde ich ihn fragen, ob er angrengt ist. Ganz höflich. Ja, danke. Ganz höflich und bestimmt. Wer hier eine Waffe mit sich führt, gehört nicht zur Friedensmannwache. Punkt. Ein bisschen Höflichkeit. Man kann gerne diskutieren, etwas lauter reden. Bitte etwas weiter auf die Seite. Und zur Polizei will ich auch nur eins sagen. Ich bin froh, dass ihr da seid. Und die Polizei ist nicht unser Problem, weil unser Problem sind eher mehr so Leute wie Private, Tiefe und andere Leute, die auf andere Leute angesetzt sind. Danke. Und wie gesagt, die Polizei ist super. Also die sind nicht unser Problem. Nein. Die sind wirklich nicht unser Problem. Problem sind andere Leute wie Provokateure an Wasser sich. Danke euch. Vielen Dank.